Wir haben das Werwolfspiel gespielt. Das ist sowieso das Coolste von allem. Es ist so wie ein Rollenspiel. Jeder kriegt so etwas wie einen Charakter, aber nur derjenige, der selber was er ist. Dann gibt es beispielsweise drei Wirwölfe. Es sind immer ganz viele Spieler und es sind drei Wirwölfe und hauptsächlich Bauern. Die gibt es auch noch einen Seher, einen Armour und immer verschiedene Charakteren. Es ist immer so, dass die Wirwölfe einen Bauer töten in der Nacht. Halt nicht wirklich, aber im Spiel. Dann wollen die Bauern herausfinden, wer die Wirwölfe sind und müssen am Tag auch einen töten. Erst später kriegen sie das raus, ob es ein Wirwolf oder ein Bauer war. Und dann ist es so verdachtsmäßig, ja, du könntest es sein oder ja, was meinst du eigentlich? Also es ist ein Spiel mit viel Kommunikation, Mimik und Verdacht. Halt. Fockerfessel. Ja, jawohl. Da. 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 Vielen Dank.